Herzlich Willkommen zur Episode 18 zum Thema 100 Jahre Kriegseintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg. Heute bin ich eingeladen worden von Herrn Doktor, Professor Doktor Karl Albrecht Kubinski. Ich hoffe, jetzt habe ich den langen Titel des Kaisers richtig ausgesprochen. Herr Doktor Kubinski war jahrzehntelang ein Schreckendtausender Studierender und Fremdenführer in Graz. Ich bin studierter Historiker, war dann an der Wirtschaftsfakultät und bin jetzt als Grazer Stadthistoriker aktiv. Auf der anderen Seite eben noch immer Profihistoriker hoffentlich. Davon gehe ich aus. Man sieht das an diesem sehr breit gefächerten Material. was Sie uns zur Verfügung gestellt haben für die heutige Sendung, respektive herausgegraben haben aus Ihrem Archiv. Meine erste Frage, wenn ich gleich direkt das ansprechen darf, was waren die Beweggründe des italienischen Königs Emanuel III. und seiner Regierung, Österreich-Ungar 1915 den Krieg zu erklären? Das ist relativ einfach und banal zu erklären, obwohl die Konstruktion wesentlich schwieriger war. Der Dreibund, Deutsches Reich der Wohnzollern, Habsburger Reich und Königreich Italien, geschlossen 1882, hat also Italien noch mit dabei. Italien erklärt 1914 nicht mit dem Krieg gegen Serbien, mit der juridisch richtigen, aber vielleicht nicht auf bündnistreu ausgerichteten Bemerkung, dass der Dreibund ja nur gelten würde, wäre einer der drei angegriffen worden. Und Österreich wurde ja nicht angegriffen, sondern hat von sich aus den Krieg erklärt. Und dann haben wir also rund ein Jahr eben die Vorlaufzeit, in der Italien sucht, die beste Lösung für sich zu finden. Es wird auch mit Österreich verhandelt, was Österreich bereit ist, wenn Italien mitzieht, abzutreten. Wobei für das italienische Königreich vor allem eben der Trentino und österreichisch Friaul, also Götz, Götziska, Triest und möglicherweise auch Teile von Istrien, damit es immer schon im Königreich Ungarn, der Habsburger, interessant gewesen wäre. Habsburgs Franz Josef schmettert das ab. Und sie suchen also ein besseres Angebot, finden das in Ansätzen in Paris und dann letztlich also in London und es kommt zu einem Vorvertrag, der dann einmündet in die Kündigung des Dreibundes durch Italien, Deutschland und Österreich-Ungarn gegenüber und dann letztlich zur Kriegserklärung. Das war der sogenannte Londoner Vertrag aus dem April 1915. Da habe ich jetzt noch eine Frage. Soweit ich richtig informiert bin, war Italien es freigestellt? Sollte es, weil man hat ja damals sehr kompliziert gedacht, bei diesen möglichen Kriegskonstellationen, sollte es zu einem Konflikt mit England kommen, dass sich Italien sozusagen freistellen kann, also selbst entscheiden kann, auf welcher Seite es in einen Krieg eintritt oder nicht? Ja, es war also eine positive Neutralität, wie das irgendwie blumig formuliert wurde und Italien hat sich also die Handlungsfreiheit behalten und dann, wenn wir das aus österreichischer Sicht interpretieren, die günstigste Lösung gesucht. Und es muss gesagt werden, dass also das durchaus nicht die einheitliche Meinung weder der italienischen Regierungen noch der Bevölkerung war und es ist auch auffallend, dass die nicht befreiten, unter Anführungszeichen Italiener in der Schweiz und in Frankreich eigenartigerweise dem Königreich Italien egal waren. Man hat sich konzentriert aufsichtlich den schwächelnden Nachbarn, der in den ersten Kriegsmonaten nicht übermäßig erfolgreich ist und dementsprechend also auch die tiefgründige Verstimmung, nicht nur Gottstrafe England, sondern auch Kaiser Franz Josef hier mit sehr martialischen Worten eines enttäuschten Bündnispartners, dass der König von Italien hat mir den Krieg erklärt, wie er das wörtlich formuliert hat. Womit wir schon bei dieser Frage sind, nämlich, wie war sozusagen die Reaktion von Kaiser Franz Josef, dem österreichischen Oberkommando, in dem Fall Hötzendorf, wie auch der österreichischen Bevölkerung auf die Kriegserklärung? Es kann nicht positiv aufgenommen worden sein, man war allerdings, was dann später durchaus gekippt ist, durchaus noch also kriegsbereit und Hötzendorf hatte schon Jahre vorher erklärt, dass der Bündnispartner Italien unverlässlich wäre und dass man hier also alte Rechnungen begleichen könnte und die Realität hat ihn dann überholt, Italien ist offensiv geworden. Man war also nicht auf den Krieg vorbereitet, interessanterweise. Es waren die Truppen an der Südwestfront gegen Serbien, an der Ostfront gegen Russland und dann die militärische Katastrophe, die gemündet hat, eben in das Fiasko von 1918 und in den verlorenen Weltkrieg, dass es eine dritte Front gibt, die Truppen bindet und es hat also, wie damals es allgemein üblich war, Wochen gedauert, bis der Krieg richtig zum Laufen gekommen ist. Übrigens auch für die Italiener, heute würde man sagen, man kann also, wenn nicht anders, mit dem Zug in wenigen Stunden so etwas inszenieren. Damals hat es Wochen und Monate gebraucht, bis also der Krieg voll war und auf beiden Seiten sind also eben Milizen und irreguläre Einheiten zuerst einmal aufgeboten worden. Immerhin war die neue Front 600 Kilometer lang. Wenn man sich die Gesamtgröße Österreich-Ungarns anschaut, ist es eigentlich gar nicht so viel, aber 600 Kilometer neue Front, quer vom Hochgebirge bis zu den Niederungen des Daliamento und Isonzo, ist also eine ordentliche Herausforderung. Gefällt mir, Sie sprechen nämlich die Dinge an, die ich fragen wollte. Das ist das Schicksal der Raga. Ja, richtig. Und genau an diesem Punkt sind wir jetzt angelangt, nämlich 24. Mai 1915. Italienische Truppen bereiten sozusagen den Angriff vor. Man weiß, die Vorbereitungen von italienischer Seite haben sich seit Anfang Mai bis zu diesem 24. Mai zugespitzt. Es wurden ja auch schon von österreichischen Beobachtern auf jeweiligen Bergkämmen etc. italienische Stellungen beobachtet, wie sie aufgebaut worden sind. Teilweise haben österreichische Einheiten ja auch schon das Ausheben von Schützengräben vorbereitet. Was auffällt, die Italiener hatten geplant, in einem Durchstoß über Triest innerhalb von... Wenigen Wochen bis nach Wien zu kommen. Wenigen Wochen bis nach Wien und dann sich mit den Russen in Galicien zu treffen. War das nicht eine absolut unrealistische Antwort? Ja, wahrscheinlich muss man, wenn man in einen Krieg eintritt und bei der italienischen Begeisterungsfähigkeit diesen neuen Krieg gut verkaufen und dementsprechend erklären. Es wäre also, wie häufig bei Kriegsbeginn ist, ein Spaziergang, so ähnlich wie wir dachten. Es wäre der dritte Balkankrieg, eben der Krieg Österreich-Ungarn gegen Serbien. Und was herausgekommen ist, wissen wir. So ähnlich hat man also den Italienern den schnellen Erfolg vorgegaukelt. Und wie gesagt, die regulären Truppen sind also erst in den ersten Wochen und Monaten abgezogen worden, da sie ja an anderen Fronten waren und haben dort dementsprechend die Verteidigung oder den Angriff geschwächt. Wie hat die Reaktion am ersten Kriegstag von österreichischer Seite her ausgeschaut? Wie hat man versucht, den italienischen Angriff zu verzögern, zu stoppen? Welche Maßnahmen hat man getroffen? Man hat die Mobilisierung eben für die neue Front eingeleitet und man hat das vor allem auch mit der damaligen Mentalität als Verrat interpretiert. Und dementsprechend hat es also auch Demonstrationen und anti-italienische Äußerungen gegeben. Und der Mechanismus eines Kriegs hat eben zu laufen begonnen. Mein Großvater war der serbischen Front als österreichischer Flieger und wurde etwa dann nach Frial verlegt. Die österreichische Geheimdienst hatte ja schon im Vorfeld den Code der italienischen Funksysteme entschlüsselt. Hat das sozusagen auch zu entsprechenden Vorbereitungen für diesen sogenannten Tag X geführt? Das glaube ich nicht. Im Großen und Ganzen von Stabsstellen wird also alles durchgespielt. So hat also Konrad von Hötzendorf ja auch den Ersten Weltkrieg nach seiner Version bereits Jahre vorher siegreich durchgedacht. Es ist dann etwas anders gekommen, wie wir wissen. Dementsprechend die Besetzung der Positionen, die Verlegung der Truppen. Das eine ist das Strategiespiel der Stäbe, das andere sind also die Teilinformationen und die wirkliche Realität schaut dann eben ganz anders aus. Also ich glaube, dass weder Redl so bedeutsam war an der russischen Front, noch dass also einzelne damalige durchaus späteren Stil entsprechenden entschlüsselnden Codes wirklich eine Bedeutung gehabt haben. Und das waren die Teilinformationen. Die man, also sogenannte Nice-to-haves, wie man es heute sagt. Ja. Von österreichischer Seite her gab es aber nie einen wirklichen Versuch, Italien jetzt großartig zu provozieren. Den gesamten Zeitraum von 1914 bis 1915 hat man ja eher darauf geachtet, trotz der Neutralität Italien in keiner Form weiter zu provozieren, sondern wirklich nur zu sehen, wie man die möglichen Probleme, die man mit Italien haben könnte, auch auf diplomatische Art und Weise aus der Welt schafft. Ja, also es war die Idee, dass man das irgendwie ausschaukelt. Und man war ja kurz vorher noch mit gemeinsamen Manövern und gemeinsamer Planung. Wir waren alle, ob das jetzt das Englische Königreich war oder Frankreich oder das Deutsche Reich oder eben Österreich-Ungarn und auch Italien, in einer Zeit der Hochrüstung. Man hat damals ab 1900, 1910 enorm investiert in die Flotten, in die Landarmeen der österreichische Chemiatismus, ist binnen weniger Jahre auf fast den doppelten Umfang angewachsen. Also man hat gewusst, wie auf einer schiefen Ebene, es kommt zu einem großen Konflikt und dementsprechend auch die Idee, dass also Richtung Italien das so halbwegs hält. Und es wurde ja eben auch verhandelt von allen Seiten mit allen Seiten. Das ist die andere Seite des Kriegs. Der eine Krieg findet also statt im Schützengraben und im Schlachtfeld und der andere Teil findet dann auf der diplomatischen Ebene in Ministerialbüros, in Stabs, Planungsstellen und Ähnlichem statt. Und im Großen und Ganzen wusste man, worauf man sich einlasst, hat aber noch immer gehofft, genauso wie man nicht damit hundertprozentig rechnen konnte, dass das zaristische Russland auf der Seite Serbiens in den Krieg eintritt. Aber im Großen und Ganzen war es absehbar. Und so ähnlich ist es also auch hin und her gegangen, wo tritt Italien ein in den Großen und Neuen Krieg. Und nachdem es also auf der Seite der Mittelmächte gescheitert hat, musste es absehbar gewesen sein, dass also der Anführungszeichen Verrat Italiens eintritt und sie auf der Seite der Andauert hat gefällt. Eine größere Neutralität von Seiten Italiens, dass man sagt, bis zum Ende des Konfliktes war es sozusagen nicht weitergegeben aufgrund dieser Versprechung. Das war keine Zeit, wo man neutral war bei den großen Konflikten. Und man war kriegsbegeistert, es hat also hochgerüstete Armeen gegeben, die Medien haben dementsprechend das gepusht und man war also national begeistert, wenn man sich vorstellt, dass es ja auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Reihe von Kriegen gegeben hat, übrigens auch einen deutsch-österreichischen Krieg gegeben hat, Krieg mit Italien gegeben hat, Kriege zwischen England und Russland gegeben hat, am Balkan etliche Kriege waren. Um 1914 hat es keinen Staat gegeben, am Balkan, der nicht mit dem Nachbarstaat zumindest Schießereien hatte und grobe Worte und Drohungen. Also die Zeit war sehr kriegsreif und wir sind eben, finde, Sörtl, Kriegsende und die Ende des alten Regimes, das also hier eingeläutet wurde, mit dementsprechenden Verlusten. Inwiefern hat zum Beispiel es eine Rolle gespielt, dass die österreichische Kriegsmarine in Messina-Kohle-de-Bos hatte, wo die Italiener ja dann Zugriff hatten, hatte das Auswirkungen auf die österreichische Kriegsbereitschaft in der Adria Anfang 1915? Man hat die Illusion gehabt, dass die österreichische Marine, die ja für österreichische Verhältnisse eine relativ hochgerüstete war, aus der Sackstraße der Adria herauskommt und damit er also auf der großen Bühne spielt. Aber in Wirklichkeit, wie viele dieser Kriegsmarine-Einsätze, war das auch Illusion. Und die österreichische Marine hat also bei Weitem keinen besonderen Einsatz und keinen besonderen Erfolg gehabt, wenn man das als Summe sieht. Nur es war interessant, dass das also eben der Weltkrieg insgesamt, der erste Krieg zu Land, zu Wasser und in der Luft war und immerhin Österreich-Marine präsent war und damit also auch das gestützt hat. Insgesamt hat sie eine Fliet in Behen gespielt, also eine stehende Flotte, die verhindert hat, dass der Gegner agiert. Und ja, das war der maximale Erfolg. Sie hat also Küste geschützt, aber hat also keine Offensivdaten größeren Ausmaßen setzen können. Wie hat nun der Alltag der Soldaten, insbesondere an der Sons-Affront ausgesehen? Wie war sozusagen, die ersten Stellungen waren ja provisorisch errichtet worden. Man hat gerade mal bis zum Hals vielleicht die Erde ausgegraben gehabt, der Monte Armada zum Beispiel bei Trieste, im Triestiner Karst. Wie waren die hygienischen Bedingungen? Wie hat generell der Alltag eine Soldaten? Anfang des italienischen Feldzugs bis 1915 gesagt? Wir wissen, dass die Italiener in den ersten Wochen erfolgreich waren. Die Front, die notdürftig errichtet war, ist zuerst einmal zusammengebrochen. Dann hat sich Österreich wieder regeneriert, eben mit regulären Kampfeinheiten. Und dann eben, genauso wie an der Westfront gegen Frankreich, der Stellungskrieg mit großen Militärstellungen. Und auch, sonst hätte der Krieg nicht so lange gedauert, mit allen Erfolgen und Misserfolgen. Dementsprechend also die Verpflegung und Versorgung, die auf der einen Seite das Funktionieren garantiert hat, auf der anderen Seite ist Krieg nun einmal nicht lustig. Und dementsprechend natürlich mit der weit Überbesetzung aller Einheiten, die versorgt werden mussten, war das natürlich eine mittlere Katastrophe. Auf der einen Seite also schlechte hygienische Verhältnisse, schlechte Quartiere und auf der anderen Seite natürlich auch noch ein schießender Feind. Also der Jammer eines Stellungskriegs, der also durch Jahre hin und her gegangen ist, mit kleinen Vorstößen, mit kleinen Verlusten, dann letztlich mit einem großen Vorstoß und mit einem großen Verlust, siehe die zwölf Isonza-Schlachten, siehe die drei Biare-Schlachten. Es war ein Stehkrieg und im Großen und Ganzen war eben auch die Versorgung so weit eingerichtet, dass also es funktioniert hat, aber sicherlich sehr schlecht und jämmerlich. Wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen, wie unlustig es war, Krieg zu führen damals. Wie viele Soldaten mussten da eigentlich sowohl auf italienischer wie auch auf österreichischer Seite versorgt werden, von der Dolomitenfront bis eben Talia Mento Isonza-Minor? Ich habe nur die Zahlen der Gefallenen präsent. Italien hat also mit 650.000 Toten rund doppelt so viele Verluste gehabt wie Österreich und es war also im Großen und Ganzen bei der Gebirgsfront gar nicht so viel Militär notwendig, wie die Gebirgstellungen in ihrer absurden Höhe und schlechten Versorgung eben das heroische Element hineingebracht haben. Der Flachlandfront war wesentlich mehr Militär notwendig, um die Stellungen zu halten. Sie haben erwähnt die Gebirgsfront, da gibt es diese teils romantischen Bilder von den Seilbahnen, von den hinaufbetonierten, asphaltierten Straßen. Was war da das Besondere respektive, was war eigentlich der enorme Aufwand daran oder der Sinn daran, diese Stellungen überhaupt zu halten? Man hat keine Alternative gehabt und im Übrigen wollte man, wie das so bei Kriegen üblich ist, jeden Meter Heimat, Erde schützen und im Großen und Ganzen hat er die Gebirgsfront gehalten. Also die großen Verschiebungen vor und zurück waren im Flachland und im Gebirge hat man sich also eingegraben und jeder Berg und jeder Grat war also heiß und kämpft. Aber sagen wir, große Gebietsverluste und Gebietsgewinne waren da nicht möglich. Es hat auch gar nicht so viele Soldaten bedurft, um sich gegenseitig also zu beschießen, im Winter einzugraben, umzukommen bei gesprengten Bergen, bei Dundeln und Gegendundeln und ähnlichen Sachen, die wir also aus der Literatur und zum Teil auch filmen. Und Film und Propaganda ist also im Ersten Weltkrieg schon ein wichtiges Element mit Kalkaturen, mit Dramatisierung. Sascha Wochenschau hat also bereits Kriegsberichterstattung getan. Die Medien haben also berichtet, na nicht über die Erfolge und beschönigt die Misserfolge. Es hat die Verlustenlisten gegeben, angeschlagen und ähnliches mehr. Es war also der Krieg trotz seiner archaischen Art ein, für damalige Sicht, moderner. Sie haben das auch schon vielmehr erwähnt. Wie wichtig war eigentlich die Propaganda für die Bereitschaft sozusagen des Volkes? Da gibt es diesen berühmten Spruch, ich habe Gold für Eisen gegeben, sich diesen Opfern anzuschließen, zu sagen, an der Heimatfront gebe ich mein Bestes. Das ist das erste Mal bei einem großen Krieg, wo das also massiv betrieben wird. Es hat die Kriegsmaler gegeben, wie den Maler Töni, der also an der italienischen Front als junger Künstler eingesetzt war. Es hat die Kalkaturisten gegeben, die Filmteams gegeben, die Presseberichterstattung gegeben. Und das ist also vor allem wichtig gewesen, man hat ja auch beispielsweise dann in Hinterfrontstätten aller Graz dann also Schaugräben, Schützengräben ausgehoben, damit also man auch den Schauder des Schützengrabens zu Hause erleben kann. Und man hat also dann im Hinterland eben schlechtes Gewissen gehabt. Die Blüte der menschlichen Jugend opfert hier ihr Leben und man ist also hier im sicheren Hinterland. Man zeichnet dementsprechend Kriegsanleiden, man feiert die Siege, soweit es halbwegs solche gegeben hat. Es sind dann schwere Versorgungsprobleme ab 1916 mit den Lebensmitteln. Es kommen dann die gegenseitigen Vorwürfe, Österreich gegen Ungarn und Ungarn gegen Österreich, was dann daran schuld sei. Es ist der Wechsel von Franz Josef als alten Überkaiser zum jungen Kaiser Kadel, der sich zwar durchaus einsetzt, der übrigens auch Frieden sucht, aber im Großen und Ganzen ist der Krieg, wie viele Kriege, übrigens auch der Zweite Weltkrieg, schon lange verloren, bevor er wirklich verloren ist. Das Thema Bevölkerung ist auch sehr wichtig, weil das ja auch in der neueren historischen Rückschau immer wieder mehr angesprochen wird. Wie hat der Alltag der Bevölkerung sozusagen weit aus der Stellung entfernt ausgesehen? Solange es möglich war, gibt es also die Normalität. Es ist also die sehr schwachen Ansätze der Demokratisierung werden also ausgehebelt. Es ist das Fehlen der jüngeren und mittelalterlichen Männer, die also an die Front gehen. Dementsprechend rücken also vielen Fällen ältere Männer oder auch viele Fällen die Frauen nach. Das bringt auch eine soziale neue Interpretation, noch dann verstärkt im Zweiten Weltkrieg. Es kommen dann die Lebensmittelkarten, die Rationierungen, der Mangel und immer wieder die Hoffnung, dass es doch ein gutes Ende nimmt. Und wir sind ja in der Spätzeit des Hochnationalismus beginnt das Vielvölkerreich Österreich-Ungarn mit etwa der tschechischen Legion bei den Russen, bei südslawischen Völkern, auch bei den Italienern, Triest, das durch Jahrhunderte so das Vorbild von Habsburg-Treue und Österreich-Verbindung war, bröckelt dann also auseinander mit dem Ergebnis des Friedensschlusses nach dem Ersten Weltkrieg in St. Germain. Wobei insbesondere, das wird jetzt sehr oft angesprochen in der letzten Zeit, was die Berichterstattung anbelangt, dass ja slawische Regimenter zu Tausenden an der russischen Front desertierten oder die Seiten gewechselt hatten. Es ist sehr wohl festzustellen, dass an der Italienfront und insbesondere schon vorher die angesprochenen Unbefreitern eher bereit waren, dort gegen Italien zu kämpfen, als anderswo. Es war also etwa die Konstruktion, dass also ganz bewusst bei Slowenern und Kroaten eingesetzt wurde, dass möglicherweise Italien bis zu ihnen kommt und dass ja also von der österreichischen Herrschaft eine noch viel ungewünschtere italienische kommen. Es war also vor allem die lokalen Einheiten aus Tirol, die sich auch mit Gebirgserfahrung verbissen haben, oben in ihren alpinen Stellungen. Und es wird gegen die Italiener beispielsweise das eingesetzt, was die Italiener Koloniali genannt haben. Das sind die österreichischen Bosniaken, die also mit der Urkraft ihrer Kampfestärke hier also sehr offensiv eingesetzt waren. Und Kaiser Kadel hat sie also etwa besucht an der Front und die waren also eben sehr erfolgreich. Es waren sicherlich wesentlich mehr Italiener aus Dresd, aus Küstenland, in der österreichisch-ungarischen Armee als zum Teil übergelaufen sind und sich von Österreich losgesagt haben. Da kenne ich die Zahl, also in Dresd waren es 54.000 und 250, die auf italienischer Seite agierten, also 54.000 auf italienischer Seite. Also man kann sich natürlich in manchen Fällen nicht aussuchen, auf welcher Seite man in den Krieg zieht und man kann auch im Widerspruch zu irgendwelchen Schlagworten nicht, wenn Krieg ist, zu Hause bleiben. Wie dem auch sei, es war also eben ein Nationalitätenkrieg, auf der anderen Seite eben der Vielvölkerstaat, der hier im Prinzip in keiner guten Position war, wie dem auch sei. Wir wissen, es hat durch Jahre so halbwegs funktioniert und erst also 1918 ist das sowohl im Hinterland als auch an der Front zerfallen. Sie haben einige Bilder auch heute vorbereitet. Was sieht man da, was können Sie uns da sozusagen präsentieren? Gerne, das ist auf der einen Seite aufgrund familiärer Belastung eben der Einsatz der österreichischen Flieger, die damals noch keine eigene militärische Einheit waren, sondern die Fliegertruppe war also von der Infanterie her und Kavalerie her versorgt mit Mannschaft. Auf jeden Fall also beispielsweise die Italiener bombardieren die Stadt, die sie eigentlich befreien wollen, Triest. Und österreichische Flieger, so als auch mein Großvater, fliegt dann nach Verona und bombardiert dort. Dem vorausgegangen ist eine irgendwie für Kriege typische Entwicklung. Kaiser Franz Josef lässt Venedig bombardieren, weil es ein Kriegshafen ist. Dementsprechend werden dann, und das gehört auch zu dieser Inszenierung an der Südfront dazu, gibt es Franzosen und Engländer, später auch Amerikaner an dieser Front. Und am Lido viele Flugzeuge, die als Luftschutz für Venedig dort stationiert waren. Kaiser Kadel lässt nicht mehr Venedig bombardieren. Die Flugzeuge am Lido waren arbeitslos und sind dann ins österreichische Hinterland geflogen. Und damals war es sowohl für die Österreicher als auch umgekehrt, siehe der Nunzio für die Italiener, relativ einfach tief ins Feindesland hineinzufliegen, weil man einfach damit nicht gerechnet hat. Inwiefern war eigentlich das Element Flugzeug eine Überraschung in diesem Krieg? Wenn man sich vorstellt, dass auf der einen Seite noch Kavalerie war und Infanterie wirklich zu Fuß marschiert ist, ist dann die Idee, dass man als Beobachter, und das war ja seinerzeit schon bei den Ballonen bis hinein in die Wände vom 18. auf 19. Jahrhundert, eben das Flugzeug als Beobachtungselement. Und gerade an der Gebirgsfront war das sehr wichtig, um Stellungen zu identifizieren und dementsprechend darauf zu reagieren. Und auf der anderen Seite also die Demonstration, auch wenn der Effekt gar nicht so groß war, dass man also beliebig vorstoßen kann und Brescia, Verona und andere Städte also dann plötzlich zur Frontstadt werden. Das war dann etwas, was wir dann im Zweiten Weltkrieg ein Teil des Alltags war. Hier war es noch überraschend, wenn man sich vorstellt, dass dann Ende 1915 plötzlich über Verona zehn österreichische Flugzeuge auftauchen und bombardieren. Ist das also eben auch nicht so sehr der militärische Erfolg, also der propagandistische. Weil im Zweiten Weltkrieg war ja Bombenalarm, wie ein Radio, fast wie ein Wetterbericht. Ja, aber erst dann, wie das gekippt ist. Zuerst wurde ja die Illusion gehalten, dass also nie ein Kindflugzeug ins Deutsche Reich eindringt. Und dann die große Überraschung, dass nicht nur die Luftwaffe zu den Briten beispielsweise und Polen fliegt, sondern umgekehrt, dass Russen und Briten und Amerikaner auch tief ins Reichsteutsche Winterland fliegen. Sie haben den Flug des Danunzio 1918 nach Wien mit diesem Abwurf von Propagandamaterial erwähnt. Inwiefern hat das eigentlich noch die Kriegsbereitschaft in Österreich oder die nun langsam zur Neige gehende Kriegsbereitschaft beeinflusst? Also die italienischen Flugblätter von Danunzio konnten also nicht übersetzt werden, aber es waren also auch deutschsprachige wieder aus einer anderen Produktion dabei. Aber im Großen und Ganzen darauf ist es bei der Katastrophe nicht mehr angekommen. Und wie gesagt, es hat ja auch umgekehrt die Flüge gegeben. Also kriegsbedeutend war es sicher nicht. Aber propagandistisch lässt sich natürlich das gut vermarkten und zeigen, wir können alles. Aber umgekehrt wäre es auch möglich gewesen, dass österreichische Flieger nach Genua und Nailand fliegen. Das Problem war lösbar. Da hat es diverse Ideen auch gegeben mit Flügnern nach Rom. Also das bringt mich zu einer Frage jetzt vor allem zum historischen. Also historischer Kontext, ich bin jetzt, sage ich mal, dritte Generation nach dem Ersten Weltkrieg. In dem Fall, was mein Urgroßvater, meine vier Urgroßväter haben gekämpft. Drei davon weiß ich, waren vom Donale. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo das vierte Deutschmeisterregiment war. Aber ein weiterer Großvater von mir war in Triest. Also von zwei weiß ich ihre Position. Beim dritten weiß ich, dass er mir sonst war. Und beim vierten weiß ich es nicht. Angenommen, ich habe jetzt einen Großvater, der bei Graz hat ja das größte Spital Europas zu jener Zeit gehabt. Der in Graz war, vielleicht hier gestorben ist im Hospital. Es hat unzählige Privat- und halböffentliche Spitäler gegeben in Schulen von reichen Privatpersonen betrieben. Es waren also rund 30 oder 40 kleinste, kleinere, mittlere und größere Spitäler in Graz. Wo kann ich mich melden, wenn ich weiß, ich habe einen Verwandten gehabt, einen Soldaten, der in Graz gestorben ist. Wo kann ich eventuell herausfinden, wo er gestorben ist, wo er vielleicht begraben wurde. Auf jeden Fall ist es mit Mühe und Einsatz verbunden. Das ist auf der einen Seite eben doch die Akten, die also im Wiener Staatsarchiv liegen, wo also buchgeführt wurde. Und es wurde, wie das auch typisch ist für Armeen und Krisen und Katastrophenzeiten. Die Bürokratie hat immer so weit funktioniert, dass also über alles buchgeführt wurde. Wir wissen, wer in welchem Lager war und wer dort gestorben ist und wo er begraben wurde. Es gibt also, zum Teil geht es über die lokalen Pfarren, die also über die Geistlichkeit hier buchgeführt haben. Aber im Großen und Ganzen sind die Archivalien eben in Wien. Oder es gibt also in manchen Fällen Traditionseinheiten, die das in irgendeiner Form evident fühlen. Aber trotzdem ist eine große Unsicherheit bei solchen Kriegen. Es funktioniert trotz aller Bürokratie nicht. Letzte Woche hat es in Triest zum Jubiläum, wenn man so möchte, das ist immer die Frage der Lesart, der politischen, oder zum hundertjährigen Gedenken, besser gesagt, eine große Veranstaltung des italienischen Militärs gegeben. Mit Feier, Popkonzert, mit Lauf der Alpini von Bozen bis nach Triest. Umgekehrt hat es in Heldenberg und in Innsbruck Gedenkfeiern gegeben. Wie ist sozusagen die heutige politische Lesart zu den Ereignissen von vor hundert Jahren? Wie sieht der Historiker das Thema? Ist es eine nationalistische Angelegenheit oder ist es eine Angelegenheit eines gemeinsamen Europas zu gedenken? Also so wie das gehandelt wurde, ist es sicher keine gemeinsame europäische Veranstaltung. Ein Kriegseintritt ist auch aus heutiger Sicht nichts zu feierndes und lustiges. Und wir kennen etwa in der neuen, auch schon etliche Jahre alten Beziehung zwischen Frankreich und Deutschland, dass man das also auch gemeinsam und in einer dem Anlass entsprechenden Art begeben kann. Und es ist sicher kein Volksfest und keine folklare Veranstaltung notwendig, um also solche Ereignisse zu gedenken. Weil an der Südfront sind also auf österreichischer und italienischer Seite rund eine Million Menschen, meistens Soldaten, umgekommen. Und ich sehe nichts daran zu feierndes. Auf der anderen Seite kann nicht geleugnet werden, Italien war siegreich. Und siegreiche Kriege und Allzeitmehrer des Reiches, wie das so schön in alten Urkunden heißt, sind dann die großen gefeierten Herrscher. Und so hat also auch der junge italienische Nationalismus mit den Erfolgen gegen Österreich sich also selber gefeiert. Und dass das also jetzt bis ins 21. Jahrhundert dauert, ist die andere Seite der Medaille des gemeinsamen Europas. Eine ganz letzte Frage, was empfehlen Sie jemanden literarisch, respektive als Anschauungsobjektmuseen oder Landschaften? Wo könnte man hinfahren, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt? Welche Bücher könnte man anlesen? Auf der einen Seite gibt es also, siehe diese YouTube und andere Produktionen, genug Material. Auf der anderen Seite gibt es viele lokale Ausstellungen, viele internationale Ausstellungen und einen unüberschaubaren Berg an Literatur, an Bildbänden und, recht interessant, auch doch noch, auch wenn es jetzt die dritte Generation ist, zumindest also aus der zweiten Generation, die die Erste Republik noch erlebt hat, deren Eltern den Krieg erlebt haben, die Oral History, das Gespräch über jene Zeit. Es gibt die Denkmäler, man kann also in einem Kriegstourismus, kann man die Stellungen in den Alpen und die Voas an der Isonsofront besichtigen. Es gibt die gefallenen Denkmäler, mehr oder weniger geschmackvoll, die also dann in den Jahrzehnten danach entstanden sind. Für die heutige Jugend allerdings ist also der Erste Weltkrieg, wo schon der Zweite, nur mehr der Krieg des Großvaters ist, ist so der Erste Weltkrieg, sofern wahrscheinlich wie die Kriege aus der Geschichte, über die sie irgendwas lernen müssen, weil sie eben gewesen sind, wo eigentlich keine persönliche Betroffenheit mehr dahinter steckt. Es sei denn, sie wird eben durch die gegenwärtige Medienproduktion eben hineingesteckt, dass das also Betroffenheit erzeugt. Danke vielmals für das Gespräch, Herr Doktor. Ich verabschiede mich von meinen Sehern, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich von meinen Sehern, wünsche mich von meinen Sehern, und bis zum nächsten Mal. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke! Das war es für heute.